Hallo liebe Trader und willkommen zu einer Fortsetzung unserer kleinen Tutorial-Reihe zum strategischen Trading mit dem Stereo Trader und Ghost. Ja, wir kommen jetzt zu Punkt 2 Risiko Money Management mit Grid Orders. Und wie ihr euch denken könnt oder wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, ist das Risiko und Money Management mit Grid Orders ein bisschen anders als das traditionelle Risiko und Money Management. Und da will ich heute mal drauf eingehen, wie ich mir das Risiko berechne. Denn das ist das Wichtigste im Trading, denn ich muss immer wissen, was mein maximaler Verlust ist, damit ich in etwa auch weiß, was ich aus dem Markt rausziehen muss. Beziehungsweise wie meine Trefferquote aussehen muss und eben wie oft in der Regel mein Stop, mein Maximalstop dann auch gerissen wird. Ja, das ist im traditionellen Trading relativ simpel. Wenn wir uns das mal anschauen, so eine klassische Vorgehensweise. Also drei Punkte Stop, drei Punkte TP, jetzt mal am Beispiel des Micro S&P, gilt natürlich für alles, also für Forex, für Futures, für CFDs. Das heißt, die ganze Geschichte hier können wir quasi auf alles, auf alle Trading Produkte anwenden. Das heißt, wir müssen hier erstmal unser Risiko kennen, bevor wir einen Trade eingehen. Wie wir sehen, ist die klassische Berechnungsweise hier recht simpel. Der Nachteil an der Sache ist, dass natürlich der Stop hier recht eng gesetzt ist und dass er halt auch sehr schnell gerissen wird bei kleineren Marktbewegungen, die auch zufällig auftreten können. Und aus dem Grund arbeite ich eben sehr gerne mit einem strategischen Order Grid, das ich mir im Stereo Trader zusammenbaue und das dann in etwa auch eine vordefinierte Risikogröße abdeckt, die dann im Verhältnis zu meiner Kontogröße steht. Das kleine Problem am Anfang, wenn man anfängt mit diesen Grid Orders ist, man weiß nicht genau, wie viel der maximale Verlust beträgt, wenn wir hier mit diesen Grid Orders starten, auch wenn es nur so ein kleines Grid ist, aber wir müssen ja trotzdem wissen, was unser Maximalverlust ist, damit wir auch in etwa ein Gefühl dafür bekommen, was wir auch in etwa aus dem Markt rausholen müssen. Schauen wir uns jetzt mal hier mein kleines Grid an. Dann habe ich hier das so aufgelegt, dass wir hier maximal 7 Kontrakte füllen. Und aber die Risikoberechnung ist aufgrund der Limit Pullback Funktion schwammig. Was meine ich damit? Es kann natürlich passieren, dass der Markt nur die erste Order fehlt und dann in den Take Profit bzw. in den Teilverkauf läuft. Das heißt, wir werden dann nur mit einer Order gefehlt. Genauso gut kann es sein, dass wir hier irgendwo runterrutschen und in der Mitte einige Orders mehr auslösen und dann entweder in den Take Profit laufen, dann haben wir etwas mehr Gewinn. Oder aber es kann natürlich auch mal passieren, dass wir sämtliche Orders auslösen, aber wo genau wissen wir nicht, aufgrund der Limit Pullback Funktion und dann in den Stop laufen. Und dann haben wir einen Maximalverlust. Und diesen Maximalverlust, den ich mit einem Trade erreichen kann, den möchte ich herausfinden. Und den kann ich aufgrund der Limit Pullback Funktion nicht einfach berechnen. Und noch komplizierter wird das Ganze, wenn wir eine ATR Funktion benutzen. Denn, wenn wir eine ATR Funktion benutzen, das heißt, wenn wir unser kleines Grid hier automatisch an die ATR des Marktes angleichen, dann wird das Grid unter Umständen bei hoher Volatilität stark auseinandergezogen und der Maximalverlust wird deutlich größer, als ich es vielleicht in mein Risiko- und Moneymanagement eingeplant habe. Dann traden wir zwar mit dem statistischen Vorteil, dass unser Trade nicht ausgestoppt wird, aber wenn er ausgestoppt wird, kann er an der Verlust unter Umständen deutlich größer sein, als angedacht, beziehungsweise als unser Risiko- und Moneymanagement es erlaubt. Daher zeige ich euch heute einfach mal, wie ich hier vorgehe, wie ich mein maximales Risiko mit so einem Grid ermittle, bevor ich es live auf den Markt drauflasse. Und zwar mache ich das ganz einfach so, indem ich so ein kleines Grid hier aufsetze und den ganzen Tag rödeln und mir dann am Abend anschaue, was denn der durchschnittliche Maximalverlust ist. Und dann kann ich in der Folge in etwa abschätzen, was auf mich zukommt. Wenn wir die ATR-Funktion einsetzen, dann würde ich dazu raten, diese auf jeden Fall rund um die US-Eröffnung, also zwischen 15.30 Uhr und 16.00 Uhr, nicht zu benutzen, sondern erstmal zu warten, bis sich der Markt ein bisschen eingependelt hat und dann die ATR-Funktion einzuschalten, zumal ich es sowieso schwachsinn finde, während der Börseneröffnung in den Markt reinzuspringen, weil die Kurse hier oftmals völlig wehrlaufen und völlig zufällig auf- und niederscheppern, wo man hier sowieso eigentlich keine guten Trading-Entscheidungen treffen kann. Von daher finde ich es oftmals besser, wenn man hier erstmal den Markt etwas zur Ruhe kommen lässt, bis sich die Wankungsbreite am Nachmittag ein bisschen eingependelt hat und dann können wir auch die ATR-Funktion im Stereo-Trader nutzen und haben in der Folge unser Grid an die aktuelle ATR angepasst und auch unseren Stop. Ja, das Ganze machen wir jetzt einfach mal und ich habe bereits hier mein kleines Grid aufgelegt. Abstand von 1,5 Punkten fix, drei Limits, ein Stop und die erste Order, eine MTO-Order und am Abend oder später, wenn wir hier hoffentlich sehr oft ausgestoppt wurden, es geht jetzt nur um die Ausstopper, können wir dann sehen, wie hoch denn der maximale Verlust in etwa ist, plus minus 20, 30 Dollar sage ich mal, aber dann wissen wir ungefähr, was auf uns zukommt, wenn wir mit so einem Grid live im Echtgeld in den Markt gehen, denn ansonsten stochern wir immer im Nebel und stellen vielleicht viel zu viele Limits ein, viel zu viele Grids ein und ohne zu wissen, was eigentlich im Worst Case auf uns zukommen kann. Ja, zu dem ganzen Projekt schalte ich euch dann wieder dazu und heute Abend wissen wir dann, was mit unserem Grid so ein Maximalverlust auf uns zukommen kann. So, hallo liebe Grid-Trader, liebe Strategen. Ich bin zurück aus dem Schwimmbad und wir schauen mal, was denn unser Grid an Verlusten erzeugt hatte. Wir wollten ja sehen, was der maximale Verlust unseres kleinen Grids ist und was ist passiert? Der Markt lief die ganze Zeit nach oben. Ich hatte ja in Long-Richtung das Grid aufgelegt und ja, ich war zwischenzeitlich sogar 800 Euro im Gewinn und ist natürlich auf dem Demokonto, da wir ja hier jetzt nur den Test machen wollen, wie groß der höchste Verlust ist und wir sehen, wir bilden hier so einen Durchschnittsverlust, aber der höchste Verlust liegt ja quasi dann, wenn wir alle sieben Kontrakte ausgelöst haben und in den Stop laufen bei rund 200 Euro. Das Ganze jetzt natürlich ohne ATR-Modus. Wenn ihr auch noch den ATR-Modus einschaltet, könnt ihr das Spiel dann gerade nochmal durchführen, aber ihr wisst jetzt, wie ihr vorgehen könnt und auf was ihr euch einstellen könnt, wenn denn hier quasi so ein Grid mal in die Hose geht. Ihr seht, der Aufwand ist ein bisschen größer, aber ihr fühlt euch einfach sicherer, ihr könnt euer Konto besser managen, ihr habt euer Risiko besser im Griff, wenn ihr wisst, was maximal an Verlust auf euch zukommt, als wenn ihr nur im Nebel stochert mit ein paar Grid Orders und eigentlich gar nicht genau wisst, was ihr auch ungefähr aus dem Trade rausholen müsst oder was ihr für eine Trefferquote erzielen müsst beziehungsweise was dann eben am Ende der mögliche Verlust ist, der mögliche Maximalverlust, wenn alles in die Hose geht. Was könnt ihr noch machen, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir wollen nicht diese 200 Euro verlieren, sondern wir wollen vorher aus dem Markt genommen werden, ohne dass der Stop getriggert wird, dann könnt ihr hier natürlich auch unter die Auto-Exit-Funktion gehen und könnt hier den maximalen Verlust eintragen. Ihr könnt dann hier in Prozent den Verlust eintragen, könnt also sagen 1%, 2%, 3%, 10%, je nachdem, was ihr eurem Konto da eben zumuten möchtet und dann wird der gesamte Trade dann aus dem Markt genommen, ohne dass der Stop erreicht werden muss. Genauso gut könnt ihr hier eben auch unter Eigenkapital eben die Kapital, also die Konto-Größe eintragen, die nicht unterschritten werden soll, während das Trade ist natürlich ein bisschen umständlicher im Skyping, würde ich von abraten, aber hier Maximalverlust, die Auto-Exit-Funktion ist wahrscheinlich eine eine unbekannte Funktion oder von vielen unbekannte Funktionen, die ich aber auch sehr gerne nutze und mit denen man enorm gute Sachen machen kann. Also, bis zum nächsten Video und macht's gut. Ciao, ciao.